Moin Leute, heute war ich mit Torm zusammen in Travermünde. Wir haben auf Fornhecht gegangen, wie man sieht erfolgreich. Torm hat mit seiner neuen Geil-Select-Route und Blinker gefangen. Ich habe hier mit der Pose-Montage und Fetzen gefangen. Probiert es mal aus, macht Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.